Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht den Eingeschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Wenn ich zurückdenke, auch bevor ich an die Schule kam, würde ich sagen, war es für mich ein absoluter Sehnsuchtsort. Die Idee war, dass die Schauspielstudenten mit der Realität der Arbeiterklasse jeden Morgen in Schöneweide aufstehen und arbeiten. Wir nehmen dann natürlich die Bierflasche beiseite, das ist klar. Der Staatssicherheitsbeauftragte sagte mir ins Gesicht, wir haben einen Hinweis, dass sie beabsichtigen, nicht wiederzukommen. Verraten hat mich die Person aus dem Westen. Der alte Reisepass. Und darf ich dich jetzt behalten? Wird Berlin in Zukunft von Hotels überall besetzt oder hat eine Schauspielschule Platz im Zentrum? Hier steht etwas wirklich Widerspenstiges am Anfang. Schöner Punkt für einen Neuanfang, finde ich. Jetzt ist es da in dieser feinen Ecke, das färbt ab. Mal gucken, wo die Untertexte herkommen bei den Schauspielern. Ich bin auch der beste Faller übrigens. Wisst ihr das? Ja. Ja. Oh.